Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Let's Play von Sid Meier Starships, einem Preview. Let's Play, dem ersten, den es hier gibt auf einem deutschen YouTube-Kanal bei mir, bei Writing Bull. Und in der ersten Folge, da haben wir unsere erste Mission erfolgreich abgeschlossen, haben ein taktisches Gefecht durchgeführt hier auf Corona 87 und haben dort eine Forschungsstation besetzt und gehalten im Kampf gegen Feindschiffe. Für die Bevölkerung ist uns ausgesprochen dankbar. Zwei Einflussringe von bis zu vier möglichen haben wir jetzt auf diesem Planeten. Ihr seht diese Viertelkreise, die sachter um den Planeten herum kreisen. Wir könnten jetzt übrigens legal cheaten. Wir könnten ein bisschen fuschen, wir könnten uns Einfluss dazu kaufen. Das geht hier links über diesen Button hier, Einfluss kaufen. Da könnten wir 1000 Credits ausgeben, was allerdings eine ganze Menge Holz ist. Eine ganze Menge Credits ist, um hier einen weiteren Viertelring dazu zu kaufen. Das sollte man, glaube ich, nur in größter Not machen. Und nicht freiwillig machen wir natürlich nicht. Abgesehen davon, dass wir die 1000 Credits auch gar nicht haben. Wir müssten erst auf den globalen Markt wechseln und dort versuchen, durch den Verkauf, den Ausverkauf unseres Ressourcenpools, genug Credits dafür zu erhalten. Raus! Stattdessen fliegen wir mal hier hin, denn alle anderen Planeten, die hier in Reichweite sind, das sind entweder erdähnliche Biome oder diese Eisplaneten wie diese hier. Und hier würde ich gerne hin zu diesem Vulkanplaneten. Der produziert plus 50% Energie. Das heißt, was da ründlich an Energie erwirtschaftet wird, das schenkt uns das Programm nochmal die Hälfte extra drauf als Bonus. Solche Vulkanplaneten finde ich total klasse. Da fliege ich hin. Die Salia-Illusion hieße diese Mission hier. Da eilen wir mal rüber. Einkommende Übertragung. Die Bevölkerung teilt uns mit, was sie von uns erwartet. Offenbar haben die Marodeure eine neue Schlachtschiffklasse, die eine ihrer Staffeln kommandiert. Können sie das neue Gamma-Schlachtschiff zerstören. Einen richtig dicken Brocken sollen wir hier aus dem Weg räumen. Das scheint dieses Monstrum hier zu sein. Mal gucken, ob uns das gelingt. Wie sieht es denn hier aus auf Hydra 40? Aufgrund von Sonnenstürmen können kritische Treffer in diesem Sternensystem nicht repariert werden. Oh, da müssen wir aufpassen, dass wir uns keinen dieser kritischen Treffer, da keinen von diesen kritischen Treffern kassieren. Sonst haben wir ein echtes Problem an der Backe. Und raus. Und jetzt schauen wir uns mal die Feindschiffe an. Genau, das ist dieses Schlachtschiff, dieses fette Monster hier. Ganz, ganz langsam unterwegs. Nur 2,6 Bewegungspunkte. Aber 95 Trefferpunkte, das ist eine Menge. Allerdings haben unsere Schiffe ja schon 70, 75 Trefferpunkte. Das sollten wir eigentlich dann schaffen können. Und Plasmakanonen, jeweils 2 und 2 Laser. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. 2 Jäger, die das Schlachtschiff begleiten. Da sollten wir vielleicht versuchen, die als erste auszuschalten. Die sind sehr flink unterwegs. Vielleicht haben mal ein bisschen Glück und die separieren sich vom Schlachtschiff. Vielleicht können wir die weglocken. Nur bei 25 Prozent, sagt das Programm, läge unserer Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Mission überleben, nicht allzu viel. Da traut uns das Programm sehr, sehr wenig zu. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir hier eines der beiden Schiffe noch nicht repariert haben. Dafür brauchen wir ja 418 Energie. Die haben wir nicht. 418 Energie. Nur 8 Trefferpunkte hat das Schiff nur noch. Da wollen wir mal schauen, dass wir unsere 275 Energie, die wir im Augenblick haben, dass wir die noch aufstocken können. Auf 418. Ich wechsle mal auf den globalen Markt. Was könnten wir hier verkaufen? Credits haben wir gar keine auf Vorrat. Aktuelle Bilanz steht ja unten 0. Das heißt, wir müssen erst mal irgendwas verhökern. Hier sind Preise. Die werden generiert nach Angebot und Nachfrage. Und das für unser Reich speziell. Also wenn andere KI-Fraktionen irgendwas verkaufen oder ankaufen, dann hat das keinen Einfluss auf unsere Preise. Wissenschaft haben wir nichts, können wir auch nichts verkaufen. Wir können Nahrung verkaufen oder Metall. Ich verkaufe mal ein bisschen Metall. Und jetzt haben wir schon 92 Credits und ich verkaufe ein wenig Nahrung. Und jetzt kann ich 91 Energie dazu kaufen. Jetzt haben wir 366. Wir brauchen nochmal 400 Apples. Das reicht noch nicht aus. Ich muss ja das leider nochmal machen. Nochmal kaufen. Jetzt haben wir 457. Hat das gereicht? Äh, 418. Ja, hat gereicht. Wir reparieren und weiter geht es. Teure Angelegenheit hier. Und ja, die Flotte ist jetzt einsatzbereit. Das ist das Schlachtschiff. Die beiden Jäger fliegen tatsächlich weg von dem Schlachtschiff. Das ist schon mal positiv und das braucht ganz lange, um hinter uns herzufliegen. Da gehen wir tatsächlich, denke ich mal, äh, eilen wir mal ein Stückchen weg. Hier sind wir eigentlich ganz gut. Versteckt. Haben wir eigentlich ein Torpedo? Hatte eines unserer Schiffchen ein Torpedo? Leider nicht. Das wäre jetzt schön gewesen, hätten wir hier einen durch die Gasse schießen können. Diese roten Felder, da können wir nicht durchfliegen. Durch die Asteroiden auch nicht. Wir lassen die mal kommen. Mit dem fliege ich. Hier hin. Also wegfliegen ist, glaube ich, nicht nötig. Das sollte eigentlich reichen. Runde beenden. Der ist auch gut. Runde beenden. Schlachtkarte. Das brauchen wir nicht. Runde beenden. Was wir auch nicht vergessen dürfen, die Jäger nähern sich uns. Oh, der wird gleich feuern. Erwischt uns aber nur von vorne. Da ist unser Schild sehr stark. Was wir auch nicht vergessen dürfen, unsere Besatzung, die ist ja schon ein bisschen erschöpft. Ihr erinnert euch, da gibt es drei rote Punkte von zehn insgesamt bei der Besatzung. Das bedeutet, dass all unsere Kampffähigkeiten auch ein bisschen minimiert sind. Das ist jetzt wiederum gut. Ich fliege hier rein. Diese grünen und roten Kreise, was hat es damit auf sich? Die können sich rundlich wechseln. Das heißt, rot kann auf grün umspringen und grün kann umspringen auf rot. Und das sind keine Asteroidenfelder, sondern das sind ne, das sind enge Asteroidenfelder. Ganz genau. Also hier kann man quasi das sind Blockaden. Das sind Felder, die Engstellen blockieren können. Und die geben zugleich auch einen Defensivbonus. So, das reicht schon mal aus. Ja, das reicht auch aus. Und den killen wir. Und den killen wir. Und jetzt ist die Frage, wo lauern wir dem Schlachtschiff auf? Den fliege ich noch. Ne, der ist eigentlich, mit dem will ich nicht zurückfliegen. Dann müsste ich den erst wieder drehen. Weil der sonst das Heck seines Schildes dem Schlachtschiff zuweist. Das mache ich noch nicht. Schießen will ich auch noch nicht. Den drehe ich einfach nur eine Runde nach rechts. Aber die können ja eh beide noch nicht schießen. Runde beenden. Und der auch eins nach rechts. Und Runde beenden. Jetzt mal gucken, ob der schon auf uns feuern kann. Noch nicht. Jetzt wird es interessant. Ich fliege mit dem mal hier hin. Acht Trefferpunkte. Das ist fast nichts. Dann gehe ich noch mal ein bisschen zurück. Nach links drehen. Impulsenergie. Ach, der ein Torpedo. Ne, wir haben doch keine Torpedos. Nein. Und nochmal Impulsenergie. Dann können wir noch einmal drehen. Okay. Und ich würde den gerne der kann da bleiben, wo er ist. Jetzt können wir gleich auf einen von uns beiden feuern. Elf Trefferpunkte. Das ist wenig. So, mit ein bisschen Glück haben wir ihn jetzt. Passt mal auf. Dem hier fliege ich direkt neben den Feuerer aus kürzester Entfernung auf den. Der hat 85 Trefferpunkte. 50 kostet denn das. Und mit dem hier 38 und er hat noch 45. Das ist nicht gut. Auf jeden Fall dichter ran und weiter zum Heck hin fliegen. 45 könnte, ja, sollte eigentlich klappen. Noch mal näher ran und jetzt haben wir ihn. Nice Shot. Nice Shot. Das sehe ich genauso. 5190 Punkte haben wir bei der Mission bekommen, haben sehr wenig Schaden eingesteckt und alles vernichtet, was es auf der Karte gab. Sehr schön. Das feindliche Schlachtschiff wurde besiegt. 200 Energie bekommen wir als Zeichen der Dankbarkeit der Bewohner dieses Planeten. Weil wir die Ersten waren, kriegen wir nicht nur plus 1, sondern plus 2 Einfluss. 50% des Volkes unterstützen uns, also die Hälfte der Ressourcen bekommen wir jetzt und gucken auch mal in die Missionsbestenliste dieses Missionstypes rein und sehen Riding Bull hier ganz oben. Liebe Entwickler, so sieht das aus. So sieht eine Hake aus. Das ist aber ein hübscher Anblick. Da fühlt man sich doch gleich erhaben. Im Augenblick noch haben wir noch nicht viele Fans die Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen. Falls ihr spielt und ihr trefft auf diesen Missionstypen Todesschiff Gamma, dann könnt ihr versuchen, mich in der Tabelle, in der Bestenliste weiter runterzubringen. Falls ihr das schafft, falls ihr das schafft, dann schickt doch mal einen Screenshot. Würde mich echt interessieren. Okay. Und Retour. Besatzung. Nur noch vier Grüne. Och, das finde ich wirklich nett, dass man so einen guten Punktwert bekommt, obwohl die Besatzung so angeschlagen war. Wohin fliegen wir? Ah, das ist ja schön. Das ist ja klasse. Noch so ein Energieplanet, so ein vulkanischer. Eine Durchschnittsmission. Das Salia Mysterium. 500 Energie wäre die Belohnung. Die nehmen wir mit. Drei Städte gibt es dort bereits. Das ist ja auch wunderbar. Und die Bonuseigenschaft dieses Planeten heißt Großzügigkeit. Deshalb ist die Belohnung so hoch. Weil die Bürger großzügig sind hier. Einkommende Übertragung. Wir haben den Kontakt zu unserem Forschungsposten im Tiefraum verloren. Eine Renegatenflotte wurde in der Nähe entdeckt. Sie müssen diese Station drei Runden lang kontrollieren, bevor die Gegner dies tun. Kommt mir bekannt vor. Die Effektivität der Raumschiffsschilde ist die erhöht durch eine starke magnetische Konvergenz. Okay. Die feindlichen Schiffe. Ähm, die feindlichen Schiffe? Äh, wieder so viele, viele, viele. Allerdings Oh, oh. Wahrscheinlichkeit 34%. Das sind alles so kleinere Jäger. Zum Start weg ein Jäger. Zwei Plünderer. Trefferpunkte 50%. Das ist schon eine etwas größere Herausforderung jetzt. Danach noch weitere Plünderer. In jeder Runde kommt einer. Das ist gar nicht so einfach. Und diese Jäger am Ende, die sind, die sind, ähm, ja, also wenn wir ein bisschen hierhin überlebt haben, dann müssten wir die Jäger eigentlich auch schaffen. Die Schiffe können keine Extra-Jäger rauslassen. Die haben keine Extra-Jäger an Bord. Tarn-Modus hat keiner von denen. Das wäre hier. Torpedos hat auch keiner. Ganz gewöhnlich. Einfach nur Plasma-Kanonen und Laser. Der hier, der hat sogar nur Plasma-Kanonen. Tja, eine kleine Herausforderung. Reparieren. Jetzt könnten wir noch etwas Energie ausgeben, um hier vielleicht noch irgendwas dazu zu kaufen. Ein Torpedo vielleicht. Nein, lass mal sein. Wahrscheinlich brauchen wir die Energie, um gleich noch Reparaturen durchzuführen. Fünf Bewegungspunkte haben wir und 85 Trefferpunkte. Prima. Ich glaube, die erhöhte Trefferpunkte zahle ich deshalb, weil unsere, ähm, unsere Leute mittlerweile erfahren sind, weil die Besatzung ein Level aufgestiegen ist. Auf geht's. Yes. Drei Runden. Schilde sind besonders stark. Das sind die drei Gegner. Zwei. Ich sehe nur zwei. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich eben verguckt. Oh, oh. Die Forschungsstation, die werden die gleich haben. Die sind in der Dichte dran. Da muss ich also ganz schnell rüber. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, da müssen wir uns sputen. Hier könnte ich in der Sprungtor reinfliegen und gucken, wo ich rausgeschleudert werde, aber, ähm, da fehlt mir die Risikobereitschaft. Tut mir leid. Und ich fliege. hier hin. Hier hin. Mal gucken. Also ich wette, der Jäger fliegt hier hoch und besetzt die erstmal und der kommt hier gleich rüber. Gewetzt. Wo kommen wir mit dem durch? Hier hin. Impulsenergie. Schlachtkarte wäre Gravitationsbrunnen. Verlangsam feindlich Raumschiff. Fernandes. Bin ich noch nicht bereit auszugeben. Erkläre ich euch, wie gesagt, dann, wenn ich es mal benutze. Runde beenden. Die Schilde, die sind so schön vorne. Ich will die nicht drehen, deshalb will ich nicht weiterfliegen. So, ab jetzt muss ich mal zählen. Erste Runde. Und der bleibt, wo er ist. Das Blöde ist, ab der nächsten Runde werden dann schon weitere Schiffe auftauchen. So, ich versuche den mal, wie viele Punkte hat der hier? 50 Trefferpunkte. Ich versuche den mal seitlich zu erwischen. Hoffentlich geht das gut. 29 Trefferpunkte Schaden. Das heißt, der hat jetzt noch 21. Das wird nicht klappen. Jetzt kommt der Dichter an uns ran. Nein, 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 nein. Oh, oh, das war mein Volltreffer. Jetzt haben wir noch wie viel? Also erstmal müssen wir den gleich reparieren. Wahrscheinlich. Nein. 16 Trefferpunkte nur noch. Das hat richtig weh getan. Und der hier, der Jäger, der bleibt hier auf der Station, um die zu bewachen. Dann fliege ich mit dem Brocken direkt dahinter. Da lehne ich den von hinten. Der hier, mit dem... hier hin. Und... reparieren. Antrieb muss repariert werden. Jetzt kann er auch weiterfliegen. Jetzt kann er auch gleich feuern. Man kann nicht mehr feuern. Darf ich mich... Na toll. Zwei Fehler gemacht. Fehler Nummer eins. Dieses Reparieren ist ja eine Aktion. Ich konnte also nicht mehr feuern. Feuern ist eine Aktion, reparieren ist eine Funktion. Äh, ist eine Aktion. Da habe ich mich, ähm, verkalkuliert. Was ist hier für ein Schiff? Ich muss da schnellstmöglich hin. Anders geht's nicht. Ja, wir haben es nicht geschafft. Es hat zu lange gedauert. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Mission gescheitert. In dem Zeitdruck haben wir es nicht geschafft. Und das bedeutet, dass wir hier keinen Einflusspunkt dazu bekommen haben. Klick auf Raumschiffe verbessern. Ähm, da... Ich klicke jetzt nicht auf reparieren, weil wir jetzt nämlich einen runden Wechsel machen werden. Ich klicke jetzt hier auf Landurlaub. Das blinkt auf, weil wir Landurlaub machen müssen, weil die Bevölkerung hier komplett... weil die Besatzung vollkommen erschöpft ist von dieser Pleite gerade. Und, äh, deshalb repariere ich das Raumschiff jetzt nicht manuell durch das Ausgeben, ja, von zusätzlicher Energie, sondern ein Teil der Reparatur, der Reparatur wird jetzt automatisch beim runden Wechsel erfolgen. Danach ist, den Rest der Reparatur kann man dann nachher durchführen und das wird dann uns etwas weniger Energie kosten. Bevor wir das machen, ähm, wir haben hier noch, vielleicht was auszugeben, wir haben 800 Metall und wir haben noch 800 Nahrung. Können wir damit irgendwo noch was bauen? Mit Nahrung baut man Städte. Allerdings 2500 für eine Stadt haben wir nicht. Je mehr Städte, desto mehr Produktion auf einem Planeten und das ist deshalb so teuer, weil hier schon fünf Städte stehen. Das heißt aber, bei einem anderen Planeten, wir können auch schon bauen auf Planeten, die uns noch gar nicht komplett gehören, auf dem zum Beispiel, wenn wir der Meinung sind, ähm, der wird hier auf jeden Fall uns gehören, irgendwann. Dann können wir hier schon mal bauen, wenn wir wollen. Städte bauen. Hier kostet es 1000 und selbst die 1000 haben wir nicht. Wir könnten jetzt die fehlenden 200 uns dazu kaufen, aber da bin ich im Augenblick zu, zu geizig für. Ähnliches gilt übrigens bei den Gebäuden. Modernisierung bauen. Auch hier könnten wir ein paar preiswerte Gebäude bauen, aber, ähm, lasse ich auch erst mal sein, denn wenn überhaupt, dann würde ich hier gerne das Kraftwerk bauen, das die Energieproduktion erhöht. Und dafür fehlen, und das ist das teuerste, weil lukrativste, attraktivste Gebäude und, äh, die 1000 Metall, die haben wir auch nicht. Das, dieser Vulkanplanet produziert ja besonders viel Energie, deshalb sollte man da auch Kraftwerke bauen. Theoretisch könnte ich auf den Markt wechseln und könnte jetzt zum Beispiel Metalle, äh, könnte jetzt zum Beispiel Nahrung verkaufen und in Metall umwandeln, aber das möchte ich eigentlich wegen dem schlechten Umrechnungskurs nur dann machen, wenn es wirklich Sinn macht. Also wenn ich es wirklich brauche, im Augenblick, brauche ich das, denke ich nicht. Einmal Landurlaub. Das ist der Rundenwechsel-Lok, der uns nochmal auflistet, was wir alles erreicht haben, beziehungsweise wo wir gescheitert sind. Da unten war ein KI-Gegner, vorher aber eine eingehende Übertragung. Das ist die Bevölkerung des Planeten, wo wir übernachtet haben, quasi, bei diesem Rundenwechsel und man sagt uns, wir sehen, ihre Besatzung hat den Landurlaub auf unserem Planeten genossen, wir freuen uns sehr über ihre Anwesenheit und deshalb bekommen wir als Touristen hier plus 1 Einfluss. Wahrscheinlich als Dankeschön dafür, dass wir hier so viel ausgegeben haben in den Spelunken dieses Planeten, dass wir hier in den Gaststätten, in der Gastronomie, in den Hotels und in anderen Etablissements viel Geld ausgegeben haben. 75% unseres Volkes unterstützen uns jetzt, also ein weiterer Viertelstrich ist dazugekommen und das heißt jetzt auch, weil wir jetzt statt zwei, drei Viertelstriche haben, dass wir alle Ressourcen dieses Planeten, jetzt bekommen wir nicht nur die Hälfte wie bislang, sondern alle jede Runde. Wenn der letzte Viertelstrich dazukommt, dann bekommen wir dazu noch, dass er sich komplett uns anschließt, dass er also unsere Kulturgrenzen übernimmt und dann auch nicht mehr gemobst werden kann, dadurch, dass ein anderer, eine andere Flotte kommt von einem anderen Herrscher und da ihre, die Missionen durchführt. Dann gehört er hier wirklich uns. Dann müsste der schon erobert werden, damit wir ihn wieder verlieren könnten. Und raus. Sehr schön. Und jetzt juckt es mich natürlich. Jetzt würde ich vielleicht gerne hier rüberfliegen nach Serpentis 75 und mal gucken, ob wir diese Mission, in der wir eben gescheitert waren, ob wir die nicht jetzt packen, würde mich echt reizen. Ich denke, das mache ich wahrscheinlich auch zu Beginn, zu Beginn der, der nächsten Folge, ganz genau. Bis dann, macht's gut und tschüss. Und natürlich nicht vergessen, live long and prosper.